Frei Klavier spielen wäre toll, aber Sie fühlen sich unsicher, weil Sie zu wenig über Musik wissen? Die Koordination der linken und rechten Hand macht Probleme? Sie haben wenig Zeit? Frei Klavier spielen lernen? Fast ohne Noten, aber wie? Sie sind nicht allein damit. Das geht vielen Menschen so wie Ihnen und hier ist die Lösung für diese Probleme. Das Buch Chord Piano Workshop – Frei Klavier spielen lernen mit Akkorden. Klavierakkorde, Akkordfolgen und Ihr Zuhause in den Tonarten werden einfach erklärt. Mit dazu passendem Tonmaterial spielen Sie schon bald selbst Frei Klavier. Bestellen Sie Ihren Chord Piano Workshop jetzt im Buchhandel und lernen Sie frei Klavier spielen mit Akkorden.